Willkommen zurück zu FFFFFFC. Wir haben noch 2 Was geht hier ab? Wir haben noch 2 kleine Missionen die ich eben gefunden hab. Und zwar haben wir unten eine. Diese hier. Und hier oben ist auch noch irgendwie was. Genau das hier. Die 2 Ah die Eierfeier ich erinnere mich. Die 2 Dinge. Können wir noch erledigen? Wir jumpen einfach Ne ich bin kein gemeiner Mann. Wir jumpen einfach wieder ab in der Hat das schon gereicht? Wir jumpen hier einfach wieder direkt in der Nähe ab Und ziehen die durch Und dann sollte das eigentlich auch die letzte Far Cry Folge werden Zumindest was die Singleplayer Welt angeht Ich denke Ich werde dann noch ein bisschen Arcade zeigen Und dann eben weitermachen Wenn die Addons da sind Beziehungsweise die Die Dinger halt Mit dem Season Pass Diese Geschichte So was haben wir hier Müssen wir jetzt Bullenhoden schnappen oder was Das ist mir eher unangenehm Das ist mir eher unangenehm Leute Das sind schon mal ziemlich viele Ich hoffe die greifen nicht einfach so an So sammle Die drei Arten von Stierhoden Juhu Ich meine Wisst ihr was jetzt passiert Jetzt geht's und Töte einen Stier der sich paart Vorsicht Vorsicht Nein Pichis Pichis du musst die sich paaren lassen Verschissel Oh nein Ah So Chalo Das war's schon Der hat alles dabei gehabt Ne Eins von drei Alter Büffelchen Verwiss dich mal Scheiße man Das ist echt kacke Dass wir Das wir Ding dabei haben Da die Die Peaches Warte mal Peaches Ich mach das wirklich Sehr sehr ungern Oh fuck Sorry Peaches Ähm Okay irgendwie greifen die Peaches gar nicht an Ich muss Peaches irgendwie wegmachen Weil das stört so krass Mit der kriegen wir die Die Mission nicht hin Entlassen Ja So Also Küchen War das jetzt schon eine Art von Stierhoden oder was Ist das hier schon durch Ja das ist schon durch hier scheinbar Okay Das waren die blauen Hoden Aha okay Ähm Dann gehen wir Mal direkt zu der Mission Die ich hier hinten noch irgendwo hatte Wo ist sie denn Da ist sie ne Ja das ist nur wieder so eine Mission Wo er irgendeinen Scheiß für uns hat So von wegen Hier ist irgendwas was du für uns sammeln kannst Okay ich glaube das sieht sogar schon ganz nach dem Ende aus Also nach dem Fast direkten Ende Ähm Sofern wir die Stierhoden jetzt noch irgendwie direkt dran bekommen Ich pflege die herrlich denn jetzt hier aus La 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 So Oh der ist ja schön Das ist ja munkelig da oben Ach Gott wie schön Ähm Ist das ein Wasserfall Geht es da tief runter Müssen wir Wir kommen aber da vorne an Ja ja Erreiche die Davenport Farm Aber das ist doch jetzt gar nicht aktuell Äh aktuell oder Oh wisst ihr was Ist das hier vielleicht einfach nur diese Dieser Ähm Diese Sind das diese Kackfässer die wir sammeln müssen Falls ja dann ist das ja Hat sich das eigentlich auch erledigt Sterbe ich jetzt wenn ich ins Wasser Flatsche Ich weiß nicht mehr genau Was passiert wenn ich einfach so neigehe Höh Ah Au Shit Gott das will Da unten Das Vieh muss ich sammeln Okay Äh das war's Knochen Ähm wir haben irgendwelche Knochen bekommen Und sind ultra tief Holla Schleller 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 Boah Was ein krasser See Ähm Ja ich glaube Da drüben steht er Da oben ist dann glücklich auch noch irgendwas Richtige Missionen sind es jetzt aber glaube ich nicht mehr Raffinierter Vogel Ein höchst raffinierter Vogel Das ist auch ne coole Landschaft hier Rähchen Stehen geblieben In your ass Boah Wir haben echt wenig gejagt ne Aber es ist auch nicht mehr so wie früher gewesen Also früher musstest du ja wirklich irgendwelche Viecher fangen Und jagen Damit du dann deinen Köcher erweitern konntest oder so Und hier ist das ja irgendwie Nur bezüglich des Geldes Und Geld haben wir an sich schon genug Also das ist ein bisschen witzlos So Was gibt's hier jetzt zu holen bitteschön Auch wenn da irgendein Viech Das schon erschossen rumliegt Oder was Das wäre ziemlich leckerlich Kann ich von hier direkt da hin Ah jo Schön laufen hier hoch Nicht loslassen Ne 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 Schlechte Idee Boah der Wind weht hier oben ordentlich Okay dafür brauche ich auf jeden Fall unsere Fäuste So Oh no there's a big leaf No Denied Oh der arme Löwe Puma meine ich Mann hey Oh shit Alter das war mit Vögel Mit Teckel Wir sind noch in dieser einen Mission Da haben die uns ganz schön abgenervt Hallo Wo ist Zutatenliste Adler fehlt dann vom höchsten Gipfelgerät Von einem Fisch Alten Was von einem großen alten Fisch Okay das bringen wir hier schnell Und ich Aber das ist jetzt nicht der Bo Das ist jemand anderes Der eben auch diese Mission hatte Und sie Dieser nachgehen wollte scheinbar Gute Gekräten von dem alten Fisch Haben wir ja schon An dem Fehlende noch diese Federchen hier oben Adlerfedern Wo seid ihr Oh nein diese Schwinggeschichte Ah Oh easy Easy Ah hier Ich bin so ein richtiger Bergschrat Ich kann das gleich noch so Fuck This is a lion Isn't it Oh my gosh Achtung Passt auf Drei Zwei Eins Bah Lass mich doch in Ruhe Blöde Fickel Wenn ihr nicht fallen wollt Es ist so cool hier oben Sieht echt nice aus Das hatten wir jetzt noch gar nicht Oder so ne Landschaft Richtig schickerlackig Was ist denn hier versteckt bounden Gute jemand Kommt jetzt da Fleisch oder was Die Schwester auch ne Adler, ich komme gleich. Ob ich einen jagen muss? Ich hoffe, dass die Federn einfach irgendwo rumliegen und ich nicht nur rumkacken muss da mit denen. Und dann jumpen wir von hier oben runter. Oh je, ohne Fallschirm. Einfach nur mit Wingsuit. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Adler-Federn. Wuhu. Oh je, brü. Okay. Verpisst euch. Warte mal, wir müssen da drüben hin. Wir müssen hier hin. Hier, auf den Berg. Wenn das klar ist. Okay. No, I'm an Eater myself. Tja, das wissen die meisten Adler gar nicht. Aber ich bin ja auch ein Adler. Hehe. Nächste erreiche ich in die Devonport Farm. Ich will das Ding erreichen da hinten. Der Adler horscht. Adler horscht. Bitte melden. Krass ist das hoch. Einer der höchsten Punkte dieser Welt. Und ich bin gleich da. Wie tief geht es da runter? Oh shit. Oh shit. Oh, oh. Um Gottes Willen. Wie tief geht es da runter? Flupp. Schon bin ich weg. Heilige Scheiße. Ohne Speicherpunkt oder sowas. Wir laufen hier schon seit 30 Jahren vorne weg. Oh nein. Müssen wir jetzt hier irgendwie rumschwingen? Bitte nicht. Oh no. Riecht hier auch schon den Crash? Oh my god. Oh. Uh. Okay. Die Adler mögen uns ja. Meine ich. War doch unser Vorteil damals schon. Das habe ich glaube ich geskillt, dass die uns nicht angreifen. Somit kriegen wir ja schon mal keinen Stress mit denen. Das ist schön. Obwohl. Wir wurden aber mal brutal angegriffen. Ich laber. Ich laber. Scheiße gelabert. Ich habe eure verkackten Federn. Und jetzt? Bitches. Ha? Alter hast du mich gerade echt nochmal angegriffen? Ich habe dir. Ich habe dir jetzt noch gegeben. Ich. Wie kommt. Mach ich eure Eier kaputt? Sorry. Oh nein. Tut mir echt. Das tut mir sowas von lit. Dude. Kann ich bitte die Mission noch machen? Mit dem. Mit dem. Mit dem Eierfarmer da. Ähm. Dabo. Hier. Sprich mit dem Po. Ruhig. Der Po. Schaffen wir das von hier. Hallo. Geh. Machen wir das. Ich fange sogar von hier oben an. Ne. Ich fange von dem Stein an. Oh mein Gott. Leute. Das ist der ultimative Runterspring. Ah. Runterspring. Dein. Ah. Bye bye. Ihr verkackten Vögel. Sexual Healing. Ich glaube wir kommen von hier sogar wirklich bis da hinten. Alter. Wir sind viel zu gut für so einen Flug. Lehnt euch mal zurück und genießt diesen Flug. Lehnt euch einfach mal zurück. Höchst gemütlich so einen Flug. Höchst gemütlich. Es wird gleich da ein bisschen spannend da unten. Aber im Moment ist es noch sehr gemütlich. Oh es wird sehr. Ich glaube es wird ultra spannend. Shit. Doch nee. Das schaffe ich locker. Locker. Komm mal du locker. Öh. Flugzeug. Und nicht dass der mich rammt oder sowas. Irgendjemand. Irgendjemand. Irgend so ein Dösbottle. Gut. Jetzt muss ich gleich aufpassen. Ich muss da ein bisschen manövrieren. Aber nicht allzu viel denke ich. Wo fliege ich? Wo ist er überhaupt vorne? Ist hier vorne? Nein. Hier. Hier. Okay. Okay. Wir müssen schon mal diesen Berg leicht umschiffen. Aber dann müssten wir doch durchkommen. Oder? Anna. Eines ist super. Lauf das doch. Ach gut. Lecker. Oh Gott. Zieh die Klöten ein. Zieh die Klöten ein. Huu. Okay. Nice. Also die Fliegerei macht schon echt Bock. Passt auf. Wie ich jetzt total umschiffe hier. Gefahrlos. Aber schon mit Action. Pff. Pff. Dö. 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 Hey Leute. Was macht ihr hier? Was zum? Hey man. Alter ist er verrückt? Danke Bär. Äh Bär wartet. Ich bin dein Helfer. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist aber gut ne? Okay. Ey ich habe nur auf dieses Auto geschossen und die direkt. Öh. Wir müssen die Zivilisten retten von dem Verrückte. Bei. Ja ja. Nachdem du mich anschießt. Dankeschön. Danke für diesen schätzlichen Sinneswandel. Stopp. Pappalapapp. Ich muss Himmel anhalten. Schießen sie einfach auf mich. Aber es geht los. So. Diese abgezogen kennen die meisten noch nicht. War da so ein Feld? Warum habe ich eben diesen Weed Flash bekommen? Komm. Jawohl. Na alla Bo. Wo bist du denn? Bär. Bär. Bo. Oh nein. Alter. Es ist aber auch echt. Das war jetzt wirklich nicht meine Schuld. Achtung Bo. Ich habe mein Auto mitgebracht. Ich brauche noch mehr Trinkwasser. Bo. Ich habe mein Auto hierbei hingestellt. Wenn es für dich in Ordnung ist. Guck mal. Ich stelle es gerade mal richtig hin. Bo. Gell. So. Will ich mal schön noch reparieren oder das Auto? Gute Arbeit. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die in der Natur alleine klarkommen. Hier. Der habe ich für dich gemacht. Du wirst nirgendwo so eine gute Schleuder finden. Sie ist einzigartig. Irgendwann wird alles für menschengeschaffene verschwinden. Aber Mutter Natur bleibt. Sie ist eine gute Lehrerin. Hör ihr zu. Lerne von ihr. Und du wirst durchhalten. Dankeschön, Po. Aber in der Schleuder wollte ich jetzt eigentlich gar nicht zwingen, ne? Wie er seine Füße anhebt. Au, das hat weh getan. Du machst einen riesen Fehler. Po. Ich meine das doch nicht bis. Po, du schläfst echt hier in der Grotte. Nein, da ist er, mein Freund. Wie, ich kann deinen Scheiß nicht hier wegmachen. Oh nein, Po. Oh, hier war ein Bär drin, der alles kaputt gemacht hat. Danke für die Schleuder. Was war das gar nicht für den Sound? Hey. Was fickt der da eigentlich einfach so rum und holt mich nicht ab? Ich hätte nie gedacht, dass ich erlebe, dass Jacob stirbt. Ja, ich auch nicht. Hör gefällig damit. Was war das? Wow. Chill. Ob er mich mit seinem Bogen anschießt? Leg dich nicht mit mir an. Komm her, Bo. Was willst du von mir, ha? Bo, kann ich dir vielleicht auf irgendeine Art und Weise behilflich sein? Fuck. Alter, der ist verrückt geworden. Ah. Okay, Bo. Bogenkampf. Oh nein, Po. Oh, scheiße. Oh, ins Auge. Scheiße. Alter, boah, sorry. Komm her. Steh auf. Alles klar. Wer war das? Boah, was ist da passiert? Nee, nee. Oh, fuck. Oh, shit. Ich wollte dir doch nur in deinen kleinen Anus schießen. Okay, komm. Gut ist. Also, ich glaube, genug Spaß. Spaß beiseite, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug alle Missionen gemacht, die man hier halt machen kann, die jetzt nicht sammeln beinhalten. Also ewiges Sammeln. Die Sache muss ich jetzt nicht zwingend machen. Ähm, hoppala. Und von daher ist es eigentlich jetzt das Ende, oder? Ich glaube, das ist erstmal das Ende von dem Singleplayer-Ding. Ich ärgere den Ball noch kurz. Ich will noch kurz ein bisschen ärgern. Sieht ihr das immer, wenn ich auf ihn ziele? Boah, wer war das? Was für ein Dreck-Sack. Wie er sich umguckt. Scheiße, Mann. Irgendjemand hat mich gerade eben angeschossen. Hilf mir! Die Natur wird schon richten, Boah. Die Natur wird schon richten. Okay, noch einen Trickshot. Nein, ist aber gut. Boah, ist eigentlich das Ding kaputt? Wer war das? Achso, ja. Das war mal eine ultrageile Landung. So. Noch ein Trick-Areno-Shot. Wo treffe ich hier gerade? Wo schaße ich überhaupt hin? Da hinten. Schon mal in die richtige Richtung. Huhu! Okay, Boah. Beruhig dich. Nicht weinen. Ich dachte, er fliegt voll weg oder so. Ich würde gerne, ich hätte gerne, dass er den Berg runterfällt. Wollt ihr das nicht auch irgendwie? Geht's hier überhaupt steil runter? Nicht wirklich, aber ein bisschen. Boah, warte, warte, warte. Au. Kannst du nicht noch ein bisschen mehr fallen? Irgendwie bewegt er sich so gut wie gar nicht. Okay, scheiß drauf. Leute, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den Arcade-Spielen. Und das war's jetzt fürs Erste. Wo kommt das Teil auf? Direkt hier? Boah. Was? Du hast uns wieder Hoffnung. Was? Was? Du hast uns wieder Hoffnung. Was? Leute, ciao, ciao. Macht's gut. Boah. Boah.